Ich heiße Thomas. Ich bin Teamleiter. Mein Team ist in Kanada und Frankreich verteilt und arbeitet täglich an verschiedensten weltweiten Projekten. Dank unserer Kollaborations-App können wir problemlos kommunizieren. Alles in einer einfachen und praktischen App, die auf dem Computer, Tablet und auch auf dem Smartphone verfügbar ist. In nur wenigen Sekunden starten wir Videokonferenzen, um unsere Projekte voranzubringen. Sophie, unsere in Kanada ansässige Grafikdesignerin im Team, teilt ihren Bildschirm, um uns die grafischen Fortschritte zu zeigen. Am Ende der Konferenz sende ich das Protokoll an Projektverteiler. Teil eines Teams zu sein, das aus der Ferne arbeitet, ist so viel einfacher als früher. Für mich ist meine App eine professionelle Anwendung, die es Usern ermöglicht, große Dateien und Multimedia-Daten sicher auszutauschen. Ein wichtiges Tool, das hochauflösende Videokonferenzen mit einem Klick von jedem Gerät aus ermöglicht. Eine sichere Kommunikations- und Kollaborationsplattform, die Remote-Arbeit unterstützt. Kurz gesagt, ich habe mich für Alcatel Lucent Rainbow entschieden.